Der IT-Fortschritt ist unaufhaltbar. Internationale Studien zeigen, es braucht Lehrkräfte aus Fleisch und Blut. Damit die Lehrkräfte unsere Kinder mit digitalen Geräten schulen können, ihnen die erweiterten, sinnvollen Lernmöglichkeiten aufzeigen können, brauchen sie eine sehr gute Schulung. In Buchserlebe, dass es sinnvoll ist, einen pädagogischen ECD-Support dafür einzusetzen. Es braucht eine nache Begleitung der Lehrkräfte, damit sie sich sattelfest und sicher mit den neuen Medien fühlen, damit sie den Sinn des neuen Unterrichts erkennen und schätzen. Dank, dass nur noch Lehrkräfte aus Bits und Bytes Wissen vermitteln, Roboterklassen führen, es ist Dank, um eine rein digitale Wissensvermittlung. Als ehemalige Unternehmerin setze ich mich aus über 20-jähriger Erfahrung für die Bereitstellung von allen dafür notwendigen Komponenten ein. Sowohl für die Ressourcen im Hard- und Softwarebereich, wie auch im Bereich der Lehrfortbildung. Im Berufsleben werden unsere Schülerinnen und Schüler mit grösster Selbstverständlichkeit in vielen Bereichen digital arbeiten. Sei es in der Backstube mit digitalisierten Öfen, in der Spitex mit digitaler Erfassung von allen Patientendaten, im Detailhandel mit digitalisierten Bestellabläufen und Kassen, in Jurienreihen mit digitalen Zeichnungs- und Zuschnittprogrammen usw. Gerade die Schule soll die Chancen von beiden Welten, von der digitalen und von der analoge, gezielt nützen. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen und erfahren, wie die digitalen Geräte sinnvoll, effizient und zielführend eingesetzt werden können. Sie sollen ganz wichtig und Erfahrungen erfahren, wie wichtig und wesentlich für unser Wohlbefinden das analoge Lernen ist. Die musischen Fächer, das Lernen in der Natur, müssen ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts bleiben.